Wenn es um den Rückbau von komplexen Gebäudestrukturen geht, sind wir der optimale Partner. Nicht nur, weil wir bei dem Abbruch auf Wirtschaftlichkeit und Sorgfalt achten. Vor allem die Arbeitssicherheit steht bei uns an erster Stelle. So setzen wir besonders leistungsfähige und nach neuesten Standards entwickelte Maschinen ein, die Effizienz und Sicherheit vereinen. Der KMC 1600S als der größte Abbruchbagger Deutschlands bietet einen Kabinenschutz, der für härteste Abbrucheinsätze ausgelegt ist. Zudem wird dem Fahrer jederzeit die Position des Auslegers sowie die Druckbelastung in den Hubzylindern angezeigt. Der Fahrer wird also gewarnt, wenn er den sicheren Arbeitsbereich verlässt bzw. die Maschine überlastet wird. Die Feinfühligkeit beim Bedienen der Maschine ist einzigartig. Auch daraus resultiert eine höhere Sicherheit. Denn je besser und präziser eine große Maschine zu kontrollieren ist, umso sicherer ist der Betrieb.